Am Sonntag ist Muttertag. Was bedeutet dieser Tag für Sie? Für mich Stress. Ich habe ja zwei Ex-Frauen. Das heißt zweimal Muttertag plus meine Frau. Nein, das ist natürlich was super Schönes. Aber ich brauche diesen Tag nicht unbedingt als besonderen Tag. Ich koche auch so gerne. Ich bringe regelmäßig Blumen mit. Das ist jetzt nicht von einem einzigen Tag abhängig. Klar ist es aber schön, dass es so ein besonderer Tag ist, wo ich natürlich auch mal meine Mama anrufe, was man öfter machen sollte. Aber es ist, naja, Donnerstag ist Vatertag, da redet keiner drüber. Aber es ist in Ordnung. Sehr gerne.